Der fliegt zu weit. Vorsichtshalber fliegt der Herstammer zu weit. Aber herrlich. Oha. Hey, Lebeband? Lebeband? Lebeband. Hey, hallo, sieben, danke. Das sieht ja sonst nicht aus. Das haben doch die ganzen Zeit schon gesagt. Oh, die sticht aber. Ja, nein, nein, nein. Nicht um Klebeband. Mit zwei Händen. Aufheben. Mit zwei Händen nehmen. Das ist ja der Sinn der Sache. Zwei Händen nehmen. Du hast die Hände verloren. Aufheben und wir. Wie geht das Land jetzt hin? Also ich würde sagen, man muss ja rechts neben Landetee auftreffen. Also musst du das jetzt da hinkleben. Die wird da. Nee, du musst ja rechts neben das Landetee hauen. Nee, nee, nee. Oder da hast du den richtigen Winkel zum Draufhauen nicht. Ja doch, auf die rechte Backe, oder? Die wird in die Mitte kleben. Deswegen klebt das Landetee auf die Linke. Weil du musst ja rechts neben Landetee treffen. Also auf, komm. Also, Nicole, der ist nur für dich. Nicht gucken. Das ganze Flugzeug. Komm mal gucken. Auf, komm, abkühlen lassen. Auf, weiter, 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 weiter. Komm, lade. Komm, lade. , komm, lade.